Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder in Ritzo und heute gibt es wieder ein Türchen vom Adventskalender, was wir für euch öffnen. Und da bin ich beim Patrick bei Edeka Nuller in Willstrow. Schaut mal, was er für euch Schönes bereitgestellt hat. Ja, hallo ihr Lieben, heute wollen wir uns natürlich auch gerne beteiligen an dem Gewinnspiel von Ritzo, das Adventskalender. Wir haben jetzt ganz neu bei uns eingetroffen, den Willstrowfer Trichchen, haben wir genannt nach unserem Markt, nach unserem Ort. Wurde hergestellt von der Radebeuler Destinerie in Radebeul, ist ganz frisch eingetroffen, macht super was her als Geschenk. Und diese Flasche ist im Adventskalender zu gewinnen, also weißes Teilen, Posten, Liken und die Flasche darf dann natürlich gerne bei uns vor Ort abgeholt werden. Perfekt. Vielen lieben Dank Patrick und schöne Weihnachten bei euch. Danke, bis dann. Ciao.